Die Stadt Bruck an der Leiter öffnete einige ihrer wunderschönen, jedoch meist verborgenen Innenhöfe für ein paar Stunden im Rahmen von Kultur in Höfen. Begleitet wurde dies von einem vielfältigen kulturellen Programm mit Musik, Lesungen, Theater und Ausstellungen verschiedener Künstler. Die Stadt Bruck an der Leiter hat wunderschöne, jedoch meist private und gut gehütete Innenhöfe, zu denen man sonst keinen Zutritt hat. Dies der Öffentlichkeit für einen Tag zu ermöglichen, wurde die Veranstaltung Kultur in Höfen ins Leben gerufen. Dabei wurde, wie der Name schon verriet, in jedem der Elfhöfe auch kulturell etwas geboten. Was für ein Programm erwartet denn die Menschen heute unter anderem? Kunterbunt von allem etwas. Es ist von Lesungen, von Bilderausstellungen, Fotoausstellungen, Musikern natürlich auch, sicher was vergessen, Schauspielerei. Also Kunterbunt in jedem Hof, immer nur ganz kurze Momente, sodass man wirklich herumschlendern kann und von allem etwas mitkriegt. Was macht denn auch generell die Brucker Höfe aus aus Ihrer Sicht? Ja, dass es wunderschöne versteckte Höfe gibt, die man normalerweise nicht kennt, die halt auch altehrwürdige Höfe sind, weil die Brucker Innenstadt ist eine relativ alte Stadt und sonst soll man anschauen sein, ganz einfach. Und viele Historische sind noch dabei. Und das versuchen wir heute auch zu transportieren, auch mit Führungen, die jetzt schon ausgebucht sind. Man hat aber in jedem Hof die Möglichkeit, durch Aushänge ein bisschen was über die Geschichte der Häuser und Höfe durchzulesen. Die Eröffnung des Kulturabends fand im Hof des Rathauses statt. Von dort zogen die Besucherinnen und Besucher bewaffnet mit einem Übersichtsplan los, um die sonst so versteckten Höfe Brucks zu erkunden. Ich finde das eine sehr gute Idee, weil meistens sind ja das Privathäuser, die verschlossen sind. Und wenn dann die Organisatoren es ermöglichen, dass man das sehen kann, ist ja das eine sehr, sehr gute Sache. Natürlich braucht es auch die Zustimmung der Besitzer dieser Höfe, um eine solche Veranstaltung durchführen zu können. Insgesamt elf an der Zahl waren bereit, die Besucher auf ihren Privatgründen willkommen zu heißen. Da haben wir gedacht, ja, da mache ich auf jeden Fall mit, weil es will jeder immer sehen, wie es herinnen ausschaut. Wenn es da offen ist, sind die Leute herinnen, die wollen schauen. Aber es ist ja schön, wenn das so ist, nicht? Ich war so überrascht, als ich hier über erst vor kurzem erfahren davon und gratuliere den Initiatoren. Die haben das hervorragend gemacht. Es sind sehr, sehr viele gepflegte, wirklich mit Liebe gepflegte Höfe, nicht vercommene Höfe und das ist, glaube ich, sehr interessant. Ich bin überwältigt, wie viele Besucher wir haben. Also wirklich ein tolles Event. Vor allem auch die kulturellen Beiträge sind sehenswerter. Ob das jetzt Winzer sind, ob das jetzt die Anton-Stadler-Musikschule ist, andere Künstler, Musikgruppen, Lesungen etc. Oder auch die Bilder, die die einzelnen Künstler hier zur Verfügung gestellt haben, um den Innenhof etwas aufzuschmücken. Was genau haben Sie denn heute hier alles mitgebracht? Also ich habe meine abstrakten Bilder mitgenommen, die ich seit vier Jahren schon male und ich habe es mir selbst beigebracht. Und ich finde es so toll, dass in Brugg das mit den Höfen gemacht wird, mit der Kultur. Also ich finde das ganz toll. Und in diesem speziellen Hof sehen wir eben meine Kunstwerke, Aquarelle, die sich an der Natur orientieren. Hier herinnen ist die Ausstellung. Das ist mein Weinkeller. Dieses Gewölbe ist ca. 800 Jahre alt. Das habe ich mir vor ein paar Jahren hergerichtet. War sehr viel Arbeit. Hat auch ein bisschen was gekostet. Aber wir haben eine große Freude damit. Was sollen denn auch die Besucher mitnehmen von dieser Veranstaltung aus Ihrer Sicht? Mit welchem Gefühl sollen sie nach Hause gehen? Vielleicht Ambition selber auch noch. Nächstes Jahr den Hof selber aufzumachen. Dann sind es noch mehr Höfer. Heuer sind es elf. Vielleicht schaffen wir nächstes Jahr schon mehr. Weil es einfach eine Aspiration ist zu sagen, boah, machen wir auch mit.